Start für Sie in der roten Gilles Marte aus der Schweiz. In grünen Kevin Drury aus Kanada. Und in blau aus Deutschland Flo Wilmsmann, links außen in gelb, gut zu erkennen. Die Deutschen, wir schauen auf den Mann mit dem roten Anzug im roten Jersey. Gilles Marte aus der Schweiz. Und da der Fehler, jetzt aber heils innen durchgehen. So viel Geschwindigkeit die möglichen mitzunehmen. Er hat gesagt, er kann sehr gut adaptieren. Er geht hoch in die Negativkurve. Zu kurz ein bisschen hier, hier ist der Marte. Und jetzt heils, beste Position. Oha, knappe Entscheidung. Aber klar, dass er hier als Erster die Zielwinde überquert hat. Wahnsinns Kampf von Gilles hier. Oha, Gilles Marte. Hat den Finger vorne. Es zählt ja der erste Körperteil, wenn man so möchte. Genau, es lässt sich gut stretchen, es hat möglichst lange Finger. Lange Finger und ein Handschuh, der meistens viel zu groß ist. Das lohnt sich auch. Dann ist der Finger definitiv als Erster über der Ziellinie. Vor allem, wenn es dann zu so einem Foto-Finish kommt. Da sehen wir den Fehler nochmal. Paul Gilles Marte. Den Fehler darf er sich im Achtelfinale keinesfalls nochmal leisten. Aber das weiß er. Here we go with the official results. Willensmann, Marte, Germany and Switzerland proceeding to eight finals. Das Ausführer.